Ja, willkommen zurück. Unser Grundstein ist gelegt. Unser Ziel, den Planeten auszubeuten, bis er blutet. Aber was haben wir denn? Wir haben in der letzten Folge was freigeschaltet. In der letzten Folge. Eine Kiste. Ja gut. Über die Kiste sollte klar sein, was die macht. Das hier soll ein Generator sein. Keine Connections. Was haben wir denn hier? Ist ja lustig. Was ist unser Ziel? Halte C zum Scannen. Kupfererz. Natürlich ist das alles so weit weg. Warum auch nicht? Okay. Äh, Bild an der Workshop. Äh, meiner. Warte. Workshop. Äh. Puh. Schmelzerei. Schmelzerei. Spezialstrom, Stromleitung. Werkbank. Ausrüstungswerkstatt, Schmelzerei. Ja gut. Brauche ich jetzt die? Aber das ist doch die hier. Genau. Also muss es doch hier gehen, oder nicht? Und ich soll Biomasse benutzen, um den zu betreiben. Die Frage ist... Die Frage ist... Keine Ahnung. Zur manuellen Fertigung von Ausrüstung. Ich schätze mal, man braucht das hier. Aber ich brauche Eisenplatten und Eisenstangen. Ähm... Eisenplatten. Jetzt haben wir nichts mehr. Können wir das jetzt bauen schon, oder? Verdammt. Okay, das heißt, wir brauchen Eisen. Eisen. Gebt mir all dein Eisen. Gebt mir alles. Gebt mir alles. Uff. Oh Gott. Erschreckt mich doch nicht so. Da bin ich kurz zusammengezockt. Ja, schon wieder merkwürdige Geräusche. Ich finde das nicht okay. Okay. Wieder Eisenbarren bauen. Ach ja. Produzieren ist schon zeitaufwendig. Jetzt schon. Ich bin froh, wenn wir das alles automatisieren können. Alter, das glüht richtig, der Knopf hier unten. Okay, haben wir nicht genug. Wir brauchen auf jeden Fall ein paar Platten. Und wir brauchen Eisenstammen. Jetzt müssten wir das Ding eigentlich bauen können. Ja, jetzt können wir das bauen. Okay, wo bauen wir das denn? Irgendwo hier in die... Ach, nicht so. Auf jeden Fall hier irgendwo in die Nähe. Also sehen kann man ja nicht sehr gut, wie man Sachen baut. Ich möchte das gerne genau hier ran haben. Zur Ästhetik. So. Ist das so okay? Na ja. Ist nicht ganz dran, aber ist okay. Aha. Waffen. Hier, mobiler Miner. Okay. Den brauchen wir. Dafür brauchen wir... Kabel und Draht. Wie geht denn das? Draht? Kupferbaren. Kabel brauchen... What the shit? Und hier verbrauchen wir halt Kupfer. Verdammt. Das heißt, wir kommen nicht drum herum, Kupfer zu sammeln. Kupfer ist... Das da. Ja, das ist das, was am nächsten dran ist. Nicht genug Platz. Ist mein Inventar voll? Mein Inventar ist voll. Das wäre, was ich jetzt geworden wäre, wenn ich losgezischt wäre und mein Inventar voll wäre. Darauf hätte ich ja gar keinen Bock. Aber ich habe zu viele Pflanzen. Holz kann hier bleiben. Das kann hier bleiben. Das auch. Haben wir hier noch. Alien-Panzer. Komische Blütenblätter. Eisenbarren. Diese komische Kugel. Essen behalten wir mal bei. Man weiß ja nie, was auf dem Weg einem so passieren kann. Ah, verdammt. Ist hier hoch. Nein, keine Blätter sammeln. Brauche ich nicht. Ah, da jedes Knacken und Knistern. Was ist das da an der Klippe? Nee, erst mal nicht drauf fixieren. Ist jetzt 300 Meter weg. Uff. Geh weg. Ach nö. Stirb, stirb. Stirb, stirb. Kaisvieh. Verpiss dich, du. Kack. Ding. Ist das falsche Duster? Gut, C drücken. Das hier ist Kupfer. Das sieht nach Kupfer aus. Gut, bauen wir mal Kupfer ab. Dahinter ist noch so was Grünes. Uff, was bist du denn? Uff, da sind noch mehr von den Dingern. Ach, ein Glück wird das Haus da oben angezeigt. Ich würde mich sonst safer laufen hier. Machen wir mal das Kupfer ab. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Das hat mich jetzt nicht mehr erschrocken zum Glück. Dann werden wir noch Kupfer abbauen. Am besten, wenn wir gleich zwei von diesen komischen Minern bauen. Einmal für Kupfer und einmal für Eisen. Ah, fuck. Keine Ahnung. Mal wie hundert, oder? Hundert ist, glaube ich, eine ganz gute Zahl. Zehn Stück noch. Komm schon. Die schaffen wir. Ah, hundert. Das ist doch gut. Gehen wir mal zurück und sammeln auch hundertmal, ähm, Eisen. Haben Sie noch ein bisschen Eisen? Aber Rohstoffe kann man nie genug haben. Bauen wir dir das Ding ab. Aha. Ich muss ja direkt hundert Eisen sammeln. Verdammt. Hier ist echt produktiver, diese großen Steine kaputt zu hauen, anstatt auf dem Boden. Ich bin auch verständlich, warum es nur so wenig von diesen großen Dingern gibt hier. 50 Stück haben wir schon. Gehe ich jetzt mal davon aus, dass die Zahl in den Klammern zeigt, wie viel wir im Inventar haben. Ah, 65 muss reichen. Hier haben wir schließlich auch noch was. So. Komm mal hier ran und nehmen uns dit raus, dit raus und dit raus. Ähm. Verarbeiten wir das mal weiter zu Kupferplatten. Das könnte einen Moment dauern. Ah, so einen kleinen Moment dauert das. Ja, und sonst so? Was Neues? Hm. Weiß nicht. Oh, fertig. Nice. Und jetzt das gleiche nochmal. Oh Gott, mit Kupferbarren. Ah, na gut. Ja, was gibt's Neues? Also, ich bin heute... Ah, 2600 Kilometer Auto gefahren. Ist schon ein Stückchen. Ich brauche Maschinen. Eindeutig. Kann sich doch keiner hier antun. Kann mir schon denken. Aber kann man an diesen kleinen Minern auch irgendwie was machen, damit die wegtransportiert werden? Förderbänder oder so? Ich vermute mal nicht. Das wäre zu einfach. Machen wir mal ein bisschen Draht. Uff, schon 99 Draht. Oh, vielleicht nicht so krass machen. Ah, okay. Ich brauche eh Draht für Kabel. Machen wir ein paar Kabel. Ah, dann machen wir ein paar Eisenstangen. Und ein paar Eisenplatten. So, jetzt müssten wir doch was bauen können, oder? Ja, können wir. Nice. Spawnen wir einen Miner. Bauen gleich noch einen Miner. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, zieh mal kurz Nüsse rein, um uns voll zu heilen. Gut. Ah, in die Hand setzen? Okay. Können wir ihn jetzt hier irgendwo hinsetzen, ja? Okay. Dann mach mal. Bau für mich ab, mein kleiner Erbsklave. So, ist schön. Braucht der irgendwas? Nö, der baut direkt schon ab. Nice. Grab A. Ja, nice. Das kann man doch so machen. Gut. Das machen wir jetzt auch noch bei... bei dem Kupferzeug. Dann haben wir, glaube ich, erst mal Grund... Da fliegen Steine. Naja, Early Access, ne? Wir fliegen Steine. Ein geschultem Auge wie mir fällt sowas sofort auf. So. Packen wir das hier hin, dann snackt der uns auch Kupfer. Oh, die Dinger werden aber nicht auf der Map angezeigt. Also muss man sich merken, wo man die gemacht hat. Was, der hat schon zehn Stück gesammelt? Oh. Ist ja der Wahnsinn. Was bist du für ein dickes Ding? Ich taufe dich auf dem nahen Klaus. Du bist jetzt der Klaus. Ah. Ist ja der Oberknaller. Sind die... Sind die mit Luft gefüllt? Oder was? Wie cool. Oh Gott. Oh nein. Bitte. Oh shit. Oh Gott. Ich werde sterben. Aua. Okay, war aber nicht so schlimm wie erwartet. Was sind das denn für Dinger? Wieso bounzt man auf die denn so? Hm. Da kann man bestimmt noch was machen später mit. Das kann man dann bloß auf denen machen. Ich bin gespannt. Grab all. So. Puh. Was machen wir denn jetzt? Ein Smelter. Wir brauchen ein Smelter. Warte mal. Ne, so machen wir das bitte nicht. Ja? Ne, warte. Hm. Das ist doch ein Smelter. Achso, ja. Ah, okay. Ähm. Okay. Das sind, glaube ich, die Förderbandeingänge. Wie bauen wir das denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß doch sowas nicht. Ich habe doch noch einen kleinen Plan von dem Spiel. Kann man irgendwie einen Raster machen? Kann Leitlinie anschließen. Old Left. Ah, hier ist eine... Das ist die Leitlinie? Haben wir die hier auch? Ne. Das grüne hier die Leitlinie? Ja. Sieht ganz so aus. Und wenn ich das drücke, dann kommt nur das. Aber das ist kacke. Oh. Ne, säuberlich. Schön. Ne, säuberlich hier ran. So. Und weil wir so gut sind und absolut übertreiben... ... ... ... ... ... ... I don't know what, why oder keine Ahnung was. Aber was können wir denn machen? Okay, du machst Metall. Du machst Kupfer. Ja, hier kommt Kupfererz rein. Sehr nice. Und hier kommt... ...Eisenerz rein. Es hat no power. Achso, hier sind ja auch die Bio-Dinger. Ah, scheiße. Ich glaube, dann stehen die hier nicht so gut. Ähm. Kann ich die wieder abbauen? Ja, auf F. F. Abbauen. Abbauen. Jetzt bauen wir die mal neu. Aber ein Stückchen weg von da. Oder? Oh, verdammt. Ich bin so absolut... ... ... Bei mir muss alles schick aussehen. Das ist doch scheiße. Bauen wir die hier. Den daneben. Das sollte funktionieren. Und wenn nicht, ich bin mir ziemlich sicher... ...später wird sowieso noch mal anders gebaut. Wolltet hier hin. Was ist hier eigentlich mit Verteidigung? Ich sollte das mal wieder in die Hand nehmen. Man weiß ja nie, was einen angreift. Warum habe ich schon wieder kein volles Leben? Ach ja, durch das Runterfallen und auf die Schnauze fallen. Stimmt. Da war ja was. Hat keiner gesehen. So, die müssen also mit Strom verbunden werden. Was ist denn die zwei, oder was? Stromleitung. Muss ich denn wo von hier machen? Genau. Ah, dann habe ich Pfeiler. Was brauche ich denn dazu? Noch ein Beton benötigt. Kriege ich denn ein Beton her? Hier gibt's den nicht. Hier? Gibt's den auch nicht. Wo kriegt man denn Beton her? Gibt's den Essen? Ja. Ah. So macht der Strom. Nice. Aber. Erstmal aus. Da fährt mir ein. Können wir die... Ja, hier. 500 Biomasse dann? Oder Blätter? Oder keine Ahnung was? Können wir mal hier reinstopfen. Okay, 500 ist Maximum. Das rein. Das rein. Das rein. Ich brauche ein größeres Inventar. Gut. Wir haben schon wieder 20 Minuten voll. Wenn wir jetzt hier beenden. Gucken wir mal nächste Folge weiter. Wie das hier mit dem Beton funktioniert. Ehertz. Gucken wir mal. Das ist